Hallo, herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Diese Berichtung war jetzt ein bisschen lang. Irgendwie habe ich voll langsam geredet. Egal. So, das kleines Detail, ne? Also, Quickplay, ne? Free, seht ihr ja. Dieses Wochenende, glaube ich, wenn ihr das Video jetzt seht, ist es schon. Ist wieder mal Gratis-Wochenende in Overwatch. Das heisst, das Einzige, was ihr tun müsst, ist auf Battle.net ein Account machen, gratis. Und dann müsst ihr noch den Battle.net Launcher herunterladen. Und tada! Könnt's zocken. Das ganze Wochenende, glaubt das. Okay, das war kacke. Ich treffe gerade nix. Ich bin kacke. Komm, ich treffe nix. Oh mein Gott. Ich treffe gerade nix. Könnt ihr einfach runterladen. Und, aber ich hab mich sowas von noch nicht eingespielt, ne? Wie immer. Ich habe auch keine Zeit, um warm zu spielen und so. Dann könnt ihr Launcher herunterladen. Spiel herunterladen. Und, dann könnt ihr zocken. Das ganze Wochenende, gratis. Ohne einer einzigen Cent zu zahlen, ne? Könnt ihr einfach tun. Wow. Ist da oben. Und. Jetzt könnt auch. So als kleines Detail, ne? Ihr könnt mir auch. Äh, ne Freundschaftsabfrage schicken. Ich werde auch annehmen, wahrscheinlich. Endlich! Ja, die Tracer kann ein bisschen was, ne? Bisschen. Ein bisschen. Uff! Ja, die Tracer ist hier. Wo ist sie? Was zum Fick? Ah! Oh mein Gott! Komm schon. What? Oh, kacke. Wow, ich bin schlecht, der McCree gerade. Ich bin zu schlecht. Dann mache ich was, was ich kann. Geh doch drauf! Komm schon. Okay. Dankeschön. Okay. Dankeschön. Äh. Könnt ihr mit Agrano? Hashtag? Äh. Was, was? 2112? Könnt ihr mit Freundschaftsabfrage schicken? Könnt ihr dann auch mal mit mir spielen? Macht auch jedes Mal Spaß. Habe ich letztes Mal wieder gemerkt, mit jemandem von euch zu zocken. Macht Spaß. Watt das, was? Habe ich's wirklich gefressen? Ich hab's wirklich gefressen, du. Hey, es geht. Wow. Okay, was war das? Okay. Du Limm, du. Häuser, Häuser. Einfach, ohne zu fragen, einfach Freundschaftsabfrage schicken. Ich nehme mir im Moment jeder an und so. Hallo. Könnt ihr gerne tun. Es würde mich freuen. Komm schon. Äh. Äh. Wuhf. Dankeschön. Oh. Oh. Ne, es ist mir zu offensiv hier oben. Wird mich freuen. Wirklich. Hab mal. Bisschen Abwechslung. Und es gibt ja auch mehr EP. Und natürlich, wenn's, wenn's, wenn's euch gefällt, ne? Das Spiel dann nach dem Gratis-Wochenende. Come on. Come on. Come on. Und dann auch kurz danach. Auch ein bisschen ein reduziertes Spiel. Ist eigentlich bis jetzt fast jedes Mal so gewesen. Dass es einfach billiger war. Irgendwie nur so 20 Euro oder so. Das ist, glaub ich, letztes zwei, dreimal war's so. Dann könnt ihr es auch kaufen, wenn ihr Bock habt. Also, ich sag's jedes Mal, wenn du Gratis-Wochenende bist. Es ist einfach nur, es ist so ein Hammerspiel, ne? Also, ich kann's nur jedem empfehlen, ne? Brrup. Tuck, 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 tuck. So, dann gehen wir wieder runter hier. Ich kann's jedem empfehlen, wirklich. Aber sei es auch vielleicht nicht so shooter-affin, ne? Da kann ich schon sagen, dass... Vielleicht nichts für euch ist, aber... Eben, könnt's ja dieses Wochenende ausprobieren. Wenn ihr euch noch nicht so entschieden habt. Schade. Geht auf den Punkt. Dann hat er viele Nubs diesem Wochenende, ne? Und? Ich glaub, es war so, dass... Wenn man jetzt am Katast-Wochenende spielt, mit diesem Account, dann das... ...kauft, ne? Dann... ...hat man den Progress, also die Level, die man dann gesammelt hat, in diesem Wochenende, hat man dann. Und... Es bringt was. Man verliert nicht alles, nachher, wenn man's kauft. Also eben. Es ist euch überlassen. Ich würd mich freuen, wenn ich auch irgendeine Freundschaft dann Frage kriege, und ich sag dann so, wow, ich hab's wegen dir gekauft. Nice. Nice. Das ist so, wow. Influenz, ne? Wie man so schön sagt. Ja, dann. Nächste Runde. Da bin ich wieder. Also bei euch war es ja nicht gerade lange, ne? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hab's wieder vergessen, wie jedes Mal. Tut mir leid, ne? Ich kann. Äh. Ich hab's halt das Messer. So. Da geht's los. Ebenso, ich würd mich so krass freuen. Äh, ne, ne, ne. Also mich jetzt persönlich würd's freuen, wenn ich mit euch spielen kann. Ich vergesse das immer zu sagen, ne? Also es ist auch in der Videobeschreibung mein Battle Tag. Könnt ihr einfach antragisch schicken. Ohne Reue. Vielleicht ist es Uh. Vielleicht hab ich dann halt nicht immer Zeit. Ist klar. Uh. Ist es Ich würd mich freuen, ne? Ja, cool. Uh. Wah. Immer gerne. Könnt einfach mal fragen, wenn ihr im Spiel seid. Und ich bin online. Wenn ich halt nicht annehme, nicht böse sein, ne? Ich kann's halt nicht versprechen, wenn ich irgendwie gerade am Naufnehmen bin oder so. Ist es dann halt ein bisschen. Kann ich halt nicht immer. Wow, ich hab's verkackt, den Dash. Hallo? Äh. Ich kann's halt nicht versprechen, ne? Dass ich immer direkt Zeit habe. Aber das ist auch ein bisschen klar. Wow. Nice. Aber einfach versuchen. Vielleicht seid ihr dann auch auf der Aufnahme drin? Also nicht, wenn da auf eine Sondermeldung kommt. Äh. Mit. Hatte ich eine Kopie eingeladen? Kann ich nicht auch mal was sein? Wäre er ja nicht das erste Mal. Ich treff nix. Gut. Ich treff nix. Wow! Wo kommst denn du her? Okay. Die Video ist gut. Tracer nicht. So. Ich bin jetzt fertig. Aber ich kann es eigentlich kombinieren, ne? Mit der A nachkentisch. Wuh. Loll. Boop, 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 boop. Nein. Alles tot? Haha. Das war nice, du. Haha. Loll. Das habe ich jetzt irgendwie cool gemacht, ne? Komm schon! Lack, landen! Puh! Puh! Wuhuhuhuhu! Ha! Genji! Ja, übrigens neue Skin, ne? Boah, ich habe jetzt auf einmal alles geholt, man! Alles, du! Alter, nice, Anna! Das war nice, du! Wuhu! Oh mein Gott! Tuh! Ich hätte jetzt ein E! Hey! Alter, dieser Scham! Wo ist sie? Let's talk! Kacke! Okay! Okay, Nana ist bereit, ne? Nein! 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 Ich bin so was für ein Lauf! Ah! Zum Glück hat die Anna, sie hat überlegt, die Anna! War nice! War nice! Ich bin so was für ein Lauf! So jetzt habe ich Ulti! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What?! Ah! Ah! Ist gerade ein bisschen schlecht! Sie müssen wieder ein bisschen mehr zusammenstehen, da kann ich die Ulti wieder zücken! Was ist halt die Widow von hinten? Ah! Ah! Schade! Jena hat die Ulti nicht eingesetzt, cool! Das ist halt, viele Gengis machen in den Ulti das ähnlich, also den Reflect! Die daschen also, die hacken Slain einfach nur die ganze Zeit! Nuff! Huh! Huh! Oh mein Gott! Huhu! Ah! Das war jetzt zu viel! Ich glaube, die Anna hat es nicht mitbekommen, dass ich die Ulti schon gezündet habe! So wie es ausschaut! Haha! Ist ein bisschen schade! Oh mein Gott! Es geht! Es geht! Wir müssen halt auch mal ein bisschen andere Routen nehmen! Wir müssen jetzt nur noch ein bisschen an den Kasteel und dann einfach einen Punkt machen! So ist es schade! Woh! Woh! Ich bin jetzt schon mal ein paar Jahre! Ich bin jetzt schon mal ein paar Jahre! Wie ist das? Woh! Woh! Ich bin jetzt! Woh! 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 einfach bisschen slash nice haben es doch noch geschafft das war wir haben es gut gemacht ich liebe dieses schwert einfach alles tot ich bin jetzt ich bin mal so ich bin mal so das kenne ich bin ich in mir ich habe herzklopfen ich bin ich spiele habe ich bei tracer am anfang auch eine ahnung warum ist ein bisschen aufgeregt dieser druck wie alle auf einem blicken und denken der muss doch gut sein wenn der genji spielt ist leider nicht so sind dem wenigsten aber wann sie gut sind dann sind sie wichtig gute genji ist entscheidend für ein spiel wie ein guter tracer oder gute widow aber das ist auch immer die ps wichtig ne also das war es dann für heute folgt mir auf twitter folgt mir auf twitch battle.net könnt ihr mir fortschriftanfrage schicken wenn ihr wollt es ist ja gratis wochenende bis sonntag glaube ich ab heute irgendwann jetzt hier zeit weiß ich nicht ob es direkt seit heute morgen ist oder erst heute abend das weiß ich noch nicht ich werde es herausfinden ne dann war es das tschau tschau mit tschau o b Vielen Dank.